Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Date by Daylight auf dem zerstörten Platz mit unserer Jill. Und da haben wir direkt einen Gen. Mal ein neues Pfeil, I like. Hallo Felix. Habe ich mich jetzt schon erschrocken, weil ich dachte, dass das der Killer wäre. Entschuldigung. Das ist die Aufregung. Oh. Na? Oh, schon wieder der Geist. Nein, befreie dich nicht, ich komme noch. Ernsthaft? Wie mir scheint. Das ist der Killer ein bisschen. Campy unterwegs. In your face. Ich habe so die leise Befürchtung, dass das derselbe Killer ist, wie vorhin. Hm. 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 Ja, da bist du. Ja, da bist du. Kommt der doch jetzt bestimmt wieder. Es ist so erbärmlich. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, was soll man dazu sagen? Ja. Ja. Ja, das ist so erbärmlich. Ich hoffe, es ist so erbärmlich. Na? Hat sich wieder hochgehalten. Sehr gut. Da hinten, Felix. Okay, ich habe so gut. Oh, rarer mich jetzt doch bekommen. Jetzt komme ich bestimmt in den Keller. Natürlich. Käthe und Jen, die beiden heilen sich. Sie wurden gestört. Na super. Oh. Also es wäre schön, wenn mich jemand retten kommt. Ne? Also. Ja. Ähm. Help. I need somebody. Help. Hast du das? Na super. Zweite Phase. Felix, starte wir zwei. Das wäre was Besonderes. Oh natürlich. Ach komm schon, was bist du für ein Loser? Na danke Käthe, für nix. Das darf doch nicht wahr sein. Na ja, was solls. Was soll man da sagen? Ja. Schön abschmieren, das kannst du auch noch. Wir haben das Prinzip der Blendgranate nicht verstanden. Man muss den Killer blenden. Nichts die Überlebenden. Ah! Ja natürlich, jetzt wird gesluckt. Jetzt wird die andere gesucht. Ohne Worte. Ohne Worte. Das ist eine sehr gute Ausgangsposition jetzt. Den schönen Palettenfeld. Na ja, wäre es gewesen. Irgendein. Ja, äh, er krabbelt natürlich jetzt hier... ...und ich habe jetzt das Gefühl. herum, weil er Panik hat, dass die Nähe in der Nähe ist. Aber die Nähe ist nicht da. Und er hat Angst natürlich, dass er jetzt mit dem Paletten-Safe was macht. Oh, er ist voll aufgeheilt... Ne, Adrenalin hat er nicht. Ah, er ist noch da. Das war so klar. So ist es richtig. Also wenn ich der Killer wäre, hätte ich die Palette längst kaputt gemacht. Ja, der Felix ist leider gestorben, am Boden verreckt. Sie hat die Mindgame verloren. Ohne Worte. Aber leider sind viele DPD-Runden so. Anti-Mate. Und schöne Killer. Und mit solchen Personen muss man sich rumschlagen. Naja, was soll's. Mehr Glück bei der nächsten Runde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich kann euch in der nächsten Runde auch wieder begrüßen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.